Mit sechs Jahren bekam der Buchener Gitarrist Jan Pascal eine Gitarre aus Spanien von seinem Großvater geschenkt. Seitdem lässt ihn die Musik nicht mehr los. Seit 2007 spielt er mit Alexander Kilian im Flamenco-Gitarren-Duo im In- und im Ausland. Und in der Metropolregion Rhein-Neckar traf er noch weitere großartige Musiker wie Alberto Menendez, Oma Plasencio und Sandro Gulino. Und gemeinsam entschloss man sich, eine Band zu gründen. Und Ende Januar nun kommt die CD raus, Café del Mundo, zu Deutsch Café der Welt. Und wir bekommen jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack mit dem Titelsong Café del Mundo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik Musik